Hallihallo, mal ein ganz kurzes 5 Minuten Video. Da bin ich durch Argon Prime geschippert. Da habe ich da so eine Flotte gesehen und als Führungsschiff wohl diesen Argon Kolossus da. Und da habe ich mir gedacht, da müsste ich doch mal landen auf dem Schiff und müsste das mal besichtigen. Tja, das ist dann schon ein Koloss der Kolossus. Da stehen da schon auch einige Schiffe auf seinen Landebuchten da rum. Erfolgreich angedockt. Gibt es dann auch wie überall hier auch dieses Terminal direkt vor der Landebucht, wo man ja auch noch mal das Schiff teilweise steuern kann. Gibt es da auch auf den Trägern. Da rechts neben steht wieder ein Quasar. Schön rot lackiert. Machen wir doch mal einen Besuch in dem Quasar. Hallo. Die Nasherarben. Mhm. Kling den. Viel Glück da draußen. Viel Glück da draußen. Und da hinten oben, da hängen irgendwie zwei Schiffchen fest an dem Kolossus. Die können irgendwie wohl nicht landen. Auch ein interessanter Bursche hier rechts. Der offene Kanzel. Diese Terminal sind nicht zu bedienen. Schauen wir mal auf die Brücke. Zwei Dockbereiche hat er. Ja. Da ist viel los hier auf der Brücke. Hallo. Er ist auch nicht gerade klein. Die Wana, die darf steuern. Mhm. Viel Glück da draußen. Hat den Kolossus im Griff. An diesem Terminal kann man nix irgendwie machen. Kann man nur betrachten. Na, da kann man nicht drauf hüpfen. Ja. Tja, das ist die Aussicht. Da unten sind so wieder die zwei Schiffchen da. Die zwei kleinen, die da hängen. Irgendwie hängen geblieben sind. Was? Fragezeichen. Bei den Sternen? Fragezeichen. Hm. Hab ich auch mal nicht gesehen. Viel Glück da draußen. Wie? 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 Ja, wir sind immer eilig. Also am Rennen. Der ist auf dem mit der Kapuza, der rennt nicht. Der, das ist der Joe Cool. Und der der auch, ja. Kapuzen Jungs. Die nehmen jetzt ihre Plätze zum Steuern. Noch eine. Die haben ja alle nur Kapuzen auf hier. Tja, dann gehen wir mal wieder zu unserem Perseus, das ist schon heiß, das Teil, ist schon ein Gerät, schon ein Apparat hier, der Kolossus, tja, so sieht das aus, da kann man ja auch schön drauf landen und sich da mitfliegen lassen. Ja, das war es nur mal ganz kurz, fand ich interessant, dass man da sogar auf den fremden Trägerschiffen landen kann. Tschüssi!